Prognosetraining Eine weitere Mentaltechnik, die vielen Athleten hilft, ein starkes Selbstvertrauen aufzubauen, ist das Prognosetraining. Erfinder dieser Methode ist Professor Eberspecher. Zahlreiche Studien unter dem Stichwort Kompetenzerwartung und Selbstwirksamkeit belegen, dass es funktioniert. Hier der Ablauf. Du gibst vor der Prüfung eine Vorhersage darüber ab, was du vermutlich in der Prüfung für ein Ergebnis erzielen wirst. Mach das bitte schriftlich, nur dadurch wird es verbindlich. Hinterher schaust du, ob deine Prognose zutreffend war. Hast du dich überschätzt, unterschätzt oder konntest du das Prüfungsergebnis genau richtig abschätzen? Was soll das? Du lernst dadurch von Prüfung zu Prüfung, deine Leistung immer besser einzuschätzen. Du baust dir sozusagen eine Vorhersagekompetenz auf. Und das ist die Grundlage für mentale Stärke, wenn du weißt, was du von dir zu erwarten hast. Wenn du realistisch einschätzen kannst, was du drauf hast, dann gibt es keinen Grund, in der Prüfung nervös zu werden. Du weißt ja schon vorher, was hinterher dabei rauskommt, zumindest in einem gewissen Korridor. Das muss natürlich ein paar Mal trainiert werden, und zwar bereits im Vorfeld deiner Prüfung. Schiebe also einige Probeprüfungen ein, die du mit diesem Prognosetraining kombinierst. Und passe deine Vorhersagen immer weiter an das tatsächlich erreichte Ergebnis an. Im Leistungssport kommen nicht nur einfache Varianten dieses Prognosetrainings zum Einsatz, wie zum Beispiel, wie viele von zehn Aufschlägen landen im Feld, wie hoch springst du, wie viele Elfmeter wirst du als Torwart halten, sondern ein ganzer Prognose- und Feedbackbogen. Möglicherweise ist das für deine mentale Prüfungsvorbereitung zu viel Aufwand. Aber wenn dir diese Methode gefällt, versuch es doch einmal. Du lernst hierbei ja, die Zukunft vorauszusagen. Die berühmte Kristallkugel sozusagen. Ich persönlich finde das faszinierend. Ein Fußballspieler, den ich betreut hatte, hat über die gesamte Saison vor jedem Spiel den Prognosebogen und nach jedem Spiel den Feedbackbogen ausgefüllt. Sein Selbstvertrauen ist spürbar von Woche zu Woche gewachsen und damit auch seine Leistung. Du findest diesen Prognose- und Feedbackbogen zum Download auf der www.mentale-prüfungsvorbereitung.de Website. Wie du siehst, werden im Prognosebogen für Sportler sieben große Einflussfaktoren für die Leistung abgefragt. Kondition, Ernährung, Technik, Taktik, mentaler Bereich, Umfeld, Material. Der Sportler spürt kurz in sich hinein und gibt eine subjektive Schätzung von minus 10 bis plus 10 ab. Es geht darum, dass sich der Sportler seinen aktuellen Leistungsstand bewusst macht. Im Anschluss soll der Sportler aufgrund seines aktuellen Leistungsstandes eine Prognose abgeben, also das Ergebnis vorhersagen. Zusätzlich soll er sich ein Leistungsziel setzen, das heißt ein Ziel, das in jedem Fall erreicht werden kann, auch wenn er im Wettkampf vom Ergebnis her vollkommen versagt. Zum Beispiel, ich möchte mich bei diesem Wettkampf mit Musik aufwärmen. Ich lächle bei jedem Fehler, den ich mache. Ich rede im Wettkampf nur konstruktiv und unterstützend mit mir. Dann folgt der Wettkampf. Hier wird nicht mehr bewusst an die Prognose gedacht, sondern einfach nur noch Tennis gespielt. Am Abend nach dem Wettkampf ist nun der Feedbackbogen dran, wo es zu dem gewünschten Lerneffekt kommt. Der Sportler trägt hier das tatsächlich erreichte Ergebnis ein und kann dieses mit seiner Prognose vergleichen und die richtigen Konsequenzen für den nächsten Wettkampf ziehen. Je besser die Vorhersagen werden, umso selbstbewusster ist der Sportler im Wettkampf. Diesen Prognose- und Feedbackbogen gibt es in der vereinfachten Form auch für Kinder. Auch diesen findest du im Downloadbereich auf der Website.